Hallo, mein Name ist René, ich bin Profi-Fotograf und Skylam-Ambassador und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine Fotos zuschneiden, begradigen und drehen kannst. Also, legen wir mal los. Wenn du ein Foto geöffnet hast, dann klicke zuerst mal auf den Bearbeiten-Modus hier oben und dann auf das Werkzeug Bildaufbau AI. Das ist das Werkzeug, womit du deine Bilder drehen, zuschneiden und somit begradigen kannst. Und wenn du das Werkzeug aufgerufen hast, dann siehst du, wenn du mit der Maus außerhalb des Bildes bist, dass deine Maus zu einem Doppelfeil wird. Wenn du jetzt klickst und mit der Maus ziehst, kannst du das Foto drehen und so zum Beispiel wie in meinem Fall hier senkrechte Linien gerade stellen. Wenn du jetzt noch den Ausschnitt deines Bildes ändern möchtest, dann kannst du zum Beispiel hier einfach in einer Ecke des Auswahlfensters anfassen und den Ausschnitt auf die richtige Größe bringen. Solange hier bei dem Verhältnis Original eingestellt ist, veränderst du die Proportionen immer entsprechend deinem Originalbild. Du kannst hier aber in diesem Dropdown-Menü auch ein anderes Verhältnis einstellen, kannst hier ein eigenes Seitenverhältnis wählen oder aber auch auf Freigehen. Dann kannst du das Bild völlig frei einstellen. Wenn du soweit zufrieden bist mit deinem Ausschnitt, kannst du entweder über die Enter- oder Return-Taste das Ganze bestätigen oder einfach das Werkzeug schließen. Dann wird es angewendet. Benutze das Werkzeug Bildaufbau AI, um wichtige Objekte in deinem Bild besser zu positionieren und so deine Komposition zu verfeinern. Wenn du weitere Lehrvideos anschauen möchtest, dann besuche bitte Skylum.com. Mein Name ist René. Ich danke dir fürs Zuschauen.